Die Schüler haben ihren Lehrer heimlich angemeldet. Jetzt ist Marc-André Hennekes aus Passau einer der besten Lehrer Deutschlands. Ich war schockiert, ich war geflasht, ich war unbeschreiblich glücklich und danach dann auch stolz. Bei seinen Schülern ist er beliebt. Jeder andere, er geht zum Motto rein, aber er geht rein, jetzt machen wir es. Und die Abschlussprüfung, die schafft es auch mit mir, das schaffen wir. Reicht. So viel Lob, irgendeinen Haken muss der Mann noch haben. Ich kann Schauer sehr flache Witze bringen und er ist dann der, der am lautesten drüber locht. Das ist vielleicht eine Macke von ihm. Was macht für dich einen guten Lehrer aus?